Hallo, ich bin Eva Pattberg, die Casting-Konkurrentin von Matthias Schweighöfer in dem neuen Book-Film Rubbel die Katz. Ich bin die Alex. Meine Rolle ist eine sehr ambitionierte junge Frau, die unglaublich gerne ins Filmbusiness möchte, Schauspielerin werden möchte und dafür bereit ist, auch einiges zu tun. Ich hätte den Book-Filmen immer schon gerne gesehen und fand das sehr schön, dass ich da mal dabei sein darf. Schon nervös? Bisschen? Ich nicht. Tschüss. Tschüss.